Ja, Robi, Danny, hier ist der BMW, was ich mir kaufen will. Oder was ich mir kaufen wollte. BMW 750 Schnitzer. So sieht er aus. Geile Maschine, geile Felgen, geile Reifen, alles. 300.000 Kilometer steht hier auch drauf. Hier 4590, ist nicht viel, ist ein 12 Zylinder. 95 Erstzulassung, 322.000 Kilometer, 326 PS, 5300 Kubikzentimeter Benzin, Getriebeart automatisch, Fahrzeugausstattung, Airbag, Alarmanlage, Alufelge, Beifahrer, Airbag, Bordcomputer, CD, Vollausstattung. Schwarz, Leder, Lenkrad ist geil. Am Lenkrad sind, am Lenkrad sind die Bediening-Elemente, weißt du ja, Lautsprecher, tief hoch, alles drum und dran. Hinten sind 20 Zoll, auf 2,95er, keine Felgen. Auto müsste nur poliert werden, das ist alles, Doppelaustrufanlage, Supermaschine. Das Auto hat früher mal über 100.000 Euro gekostet für das Auto aus. Es ist besser, ich schicke euch nur an diesem Film und keine Fotos, weil ein Film sagt mehr als die Fotos oder Worte. Auto ist ein reines Sommerfahrzeug, reines Sommerfahrzeug, liegt ganz tief. Schlaglöcher und alles Mögliche für dieses Auto. Mord. Mordmaschinen, schön auf jeden Fall. Man kann ja sehen, sehr schönes Auto. Bellig sind wir. Jetzt das andere Auto. Das ist der Alfa Romeo, was ich schon gesagt habe. Hier. Auch sehr schön schwarz. Wunderbar von hinten, diese Wuchtige. Eine sehr schöne Angelegenheit, auf jeden Fall. Sehr schön, Alufelden. Innen drin auch sehr schön, alles schwarz, Leder. Wunderbar, der Preis ist heiß. Schauen wir von vorne, sehr aggressiv. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, der Preis. Ja? 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 Ja, ist ja gut. Der Robi, der Denny. Bei dir ist das ganze Leben nur eine Hetzerei. Mein Gott, aber ich mag es ganz gemütlich. Das weißt du doch. Also wie gesagt, Robi Denny, das Auto. Der BMW kommt für mich in Frage. Und mein Schatzinlein wird mir ein schönes Geschenk machen zu Weihnachten. Mach die Tür zu. Schmeiß die Zigarette raus. Was ist diese Frechheit? So was? Du hast was zu beschätzen, dann hat sie die Zigarette noch in die Schnauze. Frechheit. Sei ruhig und mach die Kohle bereit. Ja? Das Auto 750er und den Alfa Romeo, den kannst du mir kaufen. Alle beide. Zu Weihnachten und zu Ostern. Nix. Vom Wege. Du musst deinen Verpflichtungen nachgehen. Ja. Das geht mal raus. Ruhe! Das entscheide ich. Ich bin hier der Boss, nicht du. Spülmittel. Für was brauchst du schon wieder? Für deine Nase oder was? Frechheit. Macht euch nix draus, meine Lieben. Ihr kennt mich. War schon immer so. Warum soll es derer besser gehen? Ich bin das Gehirn und du bist das Instrument und nicht anders. Dass ich nicht lachen soll. Dass ich nicht lachen soll. Dass ich nicht lachen soll. Ja? Was habe ich nicht alles geleistet? Was hast du geleistet? Oh, nichts. Nichts. Ich habe nicht lachen. Ja, wenn das Auto nicht vor meiner Haustür ist im nächsten Jahr. Der BMW. Ja. Mach mal. Arrivederci. Dann was? Inkanal. Dann was? Dann was? Dann was? Ja, beschäftige dich mal mit dem Chandalishek. Ah, ja. Ich bin ein Genie und als Genie habe ich das Recht. Jawohl. Also meine Damen und Herren, hier sind sie. Los Angeles. Hier wohne ich. Inkanal. Inkanal. Also auf jeden Fall das Auto 750er ist ein schönes Auto. Wunderbar. Schöne Grüße an euch. Schöne Grüße an euch. Schöne Grüße an euch. Was gibt's zu Weihnachten? Was ist das, was der Salvar geschenkt? Ja, einen Moment mal. Was schenkst du im Salvar? Was schenkst du im Onkel Salvar? Das war schon immer gewartet, dass er 45 hat. Und das war? Raus aus diesem Haus, denn ich habe aus dir einen Menschen gemacht. Hast du Ahnung, was ich denn mache? Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Robi, Danny, wolltest du Urlaub machen nächstes Jahr? Erika zahlt alles. Erika zahlt alles. Ich habe nicht vergessen, dass Salva zahlt alles. Ich. Ich zahle. Und die Rechnung, was hat der Klose gesagt? Es werden Rechnungen kommen. Es werden Rechnungen kommen. Und die Erika, ja, das sind doch kommen die Rechnungen. Topspiel, 8 Stunden am Tag machen wir halt daraus 24 Stunden. Du kannst gleich dann über Nacht im Topspiel. Natürlich glaube ich das nicht. Aber ich weiß, dass du mit meinem Umgang logischerweise auch vieles gelernt hast. Herrliche Gegend hier, das muss ich euch zeigen. Wunderbar. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich sag nur, Honig. Honig. Bei 200.000 Euro wäre es sehr angebracht. Natürlich würde ich euch auch Prozente geben, Provision. Wie ihr das werdet bringt, das spielt keine Rolle. Hauptsache die Kohle ist hier. Ich habe mir das Gefühl, wie du bist, wie ich dir, wie ich dir. Das ist ein Teufel. Diese Frau ist glücklich, weil sie mich als Freund hat. Diese Frau ist glücklich, weil sie mich als Freund hat. Ja, jetzt mach ich aus. Tschüss. Ciao, ciao. Bis später.